In der heutigen schnelllebigen Zeit ist es eine ständige Herausforderung, abwechslungsreiche und gesunde Mahlzeiten auf den Tisch zu bringen. Zwischen Arbeit, Familie und allen anderen Verpflichtungen bleibt oft nur wenig Zeit zum aufwendigen Kochen übrig. Aber mit dem Ninja Speedy Multikocher können Sie in kürzester Zeit die leckersten Gerichte ganz einfach zaubern. Dieser innovative Ten-in-One-Alleskönner kombiniert die Funktionen eines Schnellkochers, einer Heißluftfritteuse, eines Dampfgarers und vieles mehr in einem einzigen kompakten Gerät. Sehen wir uns diesen vielseitigen Küchenhelfer mal genauer an. Was den Ninja Speedy wirklich auszeichnet, sind seine unglaublichen Ten-unterschiedlichen Kochfunktionen. Ob komplette 15-Minuten-Mahlzeiten, Dampf-Airfry-Gerichte, Dampfbacken, Grillen, Heißluftfrittieren, Backenbraten, Dörrfunktion, Langsamkochen oder mehr. Mit dieser beeindruckenden Vielseitigkeit können Sie Ihrer Kreativität wirklich freien Lauf lassen. Jede erdenkliche Zubereitungsart ist auf Knopfdruck möglich. Eine der innovativsten Funktionen ist zweifellos die sogenannte Speedy Meal-Funktion. Mit dieser genialen Technologie bringen Sie in gerade mal 15 Minuten plus Vorheizzeit eine komplette, rundum leckere und gesunde Mahlzeit auf den Tisch. Wie funktioniert das? Während unten im Topf Beilagen wie Gemüse, Körner oder Nudeln gedämpft werden, brutzelt das Hauptgericht oben auf dem Cook & Crisp Tablett knusprig und saftig. So erhalten Sie auf einen Schlag ein vollständiges, abwechslungsreiches Menü serviert. Absolut genial! Der Ninja Speedy verfügt auch über eine integrierte, leistungsstarke Heißluftfritteuse. Mit dieser Funktion bereiten Sie Ihre Lieblingsspeisen mit bis zu 75% weniger Fett als herkömmlich zu. Aber genauso knusprig und lecker. Ob Pommes, Chicken Wings, Jalapeno Poppers oder anderes, Die zirkulierende Heißluft sorgt für ein gleichmäßig knuspriges Ergebnis, bei vollem Aroma, ohne viel Öl zu benötigen. Sogar Gemüse, Fisch und Fleischgerichte erhalten eine tolle Konsistenz. Besonders benutzerfreundlich ist auch das smarte Design. Anstelle vieler separater Knöpfe und Tasten gibt es nur einen Drehregler, den Smart Switch, über den sich alle Funktionen, Temperatur und Garzeit mit einem Fingerzip einstellen lassen. Ein beleuchtetes Display zeigt den Garprozess an. Ein Sichtdeckel erlaubt den Blick nach innen. So können Sie Ihre Kreationen auf den Punkt garen, ohne etwas zu verpassen. Der Lieferumfang enthält bereits den 5-7L-Kochtopf, das Cook & Crisp Tablet für die Speedy Meals, einen Rezeptführer und mehr. Optional kann man sogar passende Silikon-Bagformen für noch mehr Flexibilität erwerben. Mit seinen 10-vielseitigen Funktionen wie Dampfgaren, Heißluftfrittieren, Grillen und mehr ist der Ninja Speedy Multikocher wirklich ein einzigartiges Multitalent. Dank der cleveren Speedy Meal Funktion können Sie in 15 Minuten komplette, gesunde Mahlzeiten zaubern. Das benutzerfreundliche Design mit Smart Switch macht die Bedienung zum Kinderspiel. Auch in Sachen Zubehör ist bereits alles Wichtige enthalten. Wer in der Küche Zeit sparen und gleichzeitig flexibel kochen möchte, für den ist der Ninja Speedy eine großartige Wahl.